Bei der Begegnung zwischen den Bezirksligisten Dorsfeld 09 und dem A-Kreisligisten Tustäusen hat es eine klare Gewichtung zugunsten des Dorsfelder SC. Man gewann das Spiel mit insgesamt 10 zu 2 Toren. Erfolgreichster Torschützer war Michael Kotlewski mit insgesamt 3 Treffern. Zweimal traf der Spieler mit der Nummer 39, Engin Köhmer. Zweimal erfolgreich zuschlagen konnte Andreas Berning, sowie Benjamin Steinhoff, Marc Daniel Otto und der Spieler mit der Nummer 24, Dustin Nehn. Für den TUS Rahm waren Denis Wiklovich und Slava Justus erfolgreich. Das Spiel endete wie gesagt 10 zu 2. Sehen Sie nun alle Treffer zum Genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020